Sogar in prästisch-trächtigen Medien ist dieser Tage über die Absicht einer Weltwährung zu lesen, neuerdings fordert sogar die UNO eine Weltwährung, um den Dollar zu ersetzen. Die Single Global Currency Association, Vereinigung für eine globale Währung schlägt schon seit Jahren die Schweiz als den Sitz der neu zu gründenden Weltzentralbank vor. Betreffend des Hauptsitzes schlägt der Chef der Vereinigung für eine globale Währung, Herr Bonpas, Basel, Zürich oder Genf vor, er meint, Die Schweiz hat eine Reputation für eine vertrauenswürdige Währung, die Weltzentralbank in der Schweiz zu platzieren könnte genau die Belohnung für ein Beitreten zur globalen Währungsunion sein. Warum die Schweiz? Schweizer Geschichte ist für Europa recht untypisch, da wir nie eine eigentliche Monarchie waren. Um 1291 hatten sich die Bauern zusammengeschlossen, um den tyrannischen Wügten die Stirn zu bieten. Seither ist jedoch unsere Unabhängigkeit Stück für Stück in der Aufhebung begriffen. Zuerst vom getarnten politischen Einfluss des Vatikans, dem wir unterwürfig bis heute immer noch die Garde stellen, über die Besetzung von Napoleon bis zur heutigen wirtschaftlichen Kriegsführung, der wir heute von EU-Staaten und der USA ausgesetzt sind. Alle diese Angriffe wurden im Geiste des imperialen Roms zur stückweisen Zentralisierung durchgeführt. Es war Napoleon, der der Schweiz den Bundesstaat beschert hat. Heute ist es die USA und die EU, die unter wohlwollender Mithilfe unserer europa-hörigen Politiker, unser Land Schritt für Schritt in die Europäische Union integrieren. Unsere vergleichsweise immer noch großen demokratischen Freiheiten und unsere vergleichsweise stabile Währung, die auch gerade in Krisenzeiten zu einem sicheren Hafen für Kapital wird, ist von den Arbeitern an einer Weltwährung nicht gerne gesehen. Wohl deswegen wird möglicherweise der Schweiz im Gegenzug zum Beitritt zur Währungsunion, den Hauptsitz der Neuen Weltzentralbank gewährt. In Elitenmagazinen wie dem Foreign Affairs, dem Publikationsorgan des Council on Foreign Relations und dem Economist sind Artikel zu lesen, die das Ende der nationalen Währungen ankünden. Gemäß Aussagen der Autoren ist es nur eine Frage derzeit. Man kann sich eine digitale Weltwährung, die mit Gold gedeckt ist, vorstellen. Der Artikel, End of National Currency, lässt die Vermutung aufkommen, dass die Eigner der privaten Zentralbanken wieder das gute alte vertrauenswürdige Goldgeld einführen möchten, nachdem das Casino-Geldsystem der Federal Reserve in der allgemeinen Hyperinflation geendet hat. Wenn wir aber die Rolle der Rockefeller Familie in der Gründung von diesen beiden Organisationen betrachten, sollten wir durch diese heuchlerischen Vorschläge hindurchsehen. Nachdem diese Kreise nun mit Hilfe des Monopols über das Papiergeld große Teile der Goldbestände aufkaufen konnten, kann wohl diese vorgeschlagene Goldwährung nur in einem total überwachten Monopolgeldsystem, einem quasi Goldstandard, enden. Wie beim Bretton-Wood-System ist wohl auch jetzt die Konvertierbarkeit von physischen Edelmetallen gegen die, goldgedeckte, Währung nicht vorgesehen, somit bleibt es wohl bei einem kartellartigen System. In einem wirklich freien Geldmarkt müsste jedem Finanzinstitut die Ausstellung von Quittungen, echter Geldscheine, für eine entsprechende Menge Edelmetall erlaubt werden. Mit dem anvisierten globalisierten Weltsystem würde nur eine einzige Bank, ohne jegliche demokratische Kontrolle, diese Aufgabe übernehmen. Wenig beachtet nahm dieses System seine ersten Schritte. Am G20 in London wurde als Antwort auf die Krise des FSB, Gremium für finanzielle Stabilität, früher FSF, Forum für finanzielle Stabilität, gegründet. Das FSB hat seine Räumlichkeiten in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und ist eine supranationale Organisation, die jetzt die Finanzmärkte der EU und der G20 faktisch autonom kontrolliert und reguliert ohne Rücksicht auf die nationale Souveränität der Mitgliedsländer. Basel ist der Hauptsitz der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die Zentralbank der Zentralbanken organisiert regelmäßig Sitzungen für die Zentralbanken-Elite, obwohl bekannt ist, dass die BIS eine Nazi-Wergangenheit hat. Emil Puhl war ein Präsident der BIS während dem Zweiten Weltkrieg, während er auch Vizepräsident für Hitlers Reichbank war. Sein Chef bei der Reichbank Walter Funk ist auch bekannt in der Rolle als Financier Hitlers und Geschäftspartner von Prescott Bush, dem Großvater des letzten US-Präsidenten.